So, wir sind hier auf der Burg in Alanya. 260 türkische Lire sind knapp, keine Ahnung, ist nicht so teuer. Da unten, das grüne, das war auf jeden Fall die Seilbahn und die hat etwas weniger, also ungefähr 1,30 Euro gekostet und dann hat sie uns hier hochgebracht, da irgendwo hin, dahinter. Ach, jetzt kriegt man, glaube ich, auch ein bisschen näher. Auf jeden Fall entschädigt die Aussicht von hier oben, für alles andere. So, die hatten früher wahrscheinlich auch eine schöne Aussicht hier, weil hier noch keine Häuser standen, denn ich habe eben eine Fotografie gesehen von 1960, da stand hier gar nichts, außer die Burg. So, jetzt gucken wir uns mal die andere Seite an, denn diese Burg steht auf einer Halbinsel. So, hier, da ist mein Hotel. Hotel. Ja. Ja. Sehr schönes Hotel, sehr schöne Bar. Ich bin nicht alleine hier. Katzen sind der ewige Begleiter. Andere Länder haben eine Hundeplage, allein hat, glaube ich, eine Katzenplage. Ach, hier da oben, die kann man doch. Die verfolgt mich schon den ganzen Tag. So. Ich hoffe, die Batterie reicht noch. Was übrigens sehr schön ist, ist diese Gehwege innerhalb der Burg. Das ist beispielhaft. Das habe ich so noch nie gesehen, denn so können auch Kinderwagen und Rollstuhlfahrer die Burg besichtigen. Was ja nicht normal ist. Und da, wo ich eben war, konnte man sogar mit dem Fahrschulhof fahren. Da an der Seite kann man es sehen. Und ich habe eben gesehen, dass da unten noch ein Gebäude ist. Da. Es muss eine Kirche oder Kapelle gewesen sein. Wo ist es? Jetzt geht gleich die Batterie zu Ende. So. Und Tschüss. So. So. Amt. Ich bin jetzt hier. Und hier, wo ist es? Und hier, wo ist es noch ein, wo ist es ist. Vielen Dank.